Hier, morgen bitte auf Kennedy schießen. Also das war ein Staatsstreich, das muss man sich klar machen, dass nur der Oswald als Einzeltäter in Frage kommt und sonst niemand. Aus Kuba und von der Sowjetunion gesteuerter Kommunist erschießt unseren Präsidenten. Sie sagten, hier Leute, aber hier, was ist denn damit, damit, damit? Das waren ja schon viele Ungereimtheiten vom ersten Tag an. Alles eine grandiose Inszenierung. Vor 60 Jahren wurde John Fitzgerald Kennedy erschossen. Das war der 35. Präsident der USA. JFK nennt man ihn. In Dallas war das. Jedem sind die Bilder bekannt. Man erinnert sich noch, wie Jackie Kennedy versucht, über den Kofferraum Deckel zu flüchten. Zeitgenossen wissen im Regelfall, wo sie waren zu dem Zeitpunkt, als sie die Nachricht vom Tod JFK erhalten haben. Das Land fiel danach in Depressionen, denn JFK galt als Hoffnungsträger. Und bis heute kennen wir nur die Bilder, aber wir wissen eigentlich nicht, wie sich das genau zugetragen hat, was sich zugetragen hat, wer geschossen hat und vor allem wie viele geschossen haben. Wir haben heute Matthias Bröckers bei uns zu Gast, der schon viele Bücher geschrieben hat, unter anderem eines, das sich nennt JFK, Startstreich in Amerika und das erscheint jetzt als Neuausgabe beim Westend Verlag. Herr Bröckers, hallo. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Es kann ein recht kurzes Gespräch werden, wenn Sie uns einfach sagen, wer war es. Genau. Und auf so eine einfache Antwort habe ich mich auch für das Buch nie eingelassen. Die wäre auch verfrüht, weil kein Mensch tatsächlich eine sozusagen wahre Antwort auf die Frage geben kann im Moment. Warum ist das so? Mein Buch heißt ja Staatsstreich in Amerika. Ich bin tatsächlich überzeugt, dass der Mord an Kennedy nicht die Tat eines verwirrten Einzeltäters war, sondern ein inszenierter Staatsstreich, ein Regime-Change, wie das heutzutage genannt wird, im eigenen Land. Weil Kennedy für den militärisch-industriellen Komplex, für die Geheimdienste, sozusagen für diesen Staat im Staat nach zwei Jahren, drei Jahren seiner Regierung zu einer echten Gefahr geworden war, einen Wandel durchgemacht hat, auch in seinem Bild der Welt und der Politik und der Außenpolitik, was schon mit der Kubak-Krise bei seinem Amtsantritt sozusagen angefangen hat, wie er reingezogen werden sollte von seinen Diensten und vom Militär. Und ja, deswegen ist der Fall JFK bis heute nicht gelöst. Und wir kennen noch immer nicht die Täter. 4.600 Akten sind nach wie vor top secret, sprich können nicht veröffentlicht werden, wegen Gefahr für die nationale Sicherheit. Das ist erstaunlich, denn ich habe mit JFK das erste Mal, also das war das erste Mal ein großes Thema für mich, als dieser Oliver-Stone-Film 1992 in die Kinos kam. Und am Ende dieses Films steht geschrieben, dass ich glaube 2005 die Akten veröffentlicht werden sollten. Nun war ich jung und naiv und habe auf dieses Datum gewartet. Ich warte bis heute. Ja, das heißt, angeregt von Oliver Stone, der diesen Film gemacht hat, deren großer Erfolg nicht nur im Kino war, sondern auch sozusagen für die öffentliche Debatte, für den Diskurs um den Mord an diesem Präsidenten, dass die normalen Leute auf einmal sagen, ja wie, das kann doch eigentlich nicht sein, dass das immer noch nicht richtig aufgeklärt ist. Und dann der US-Kongress, also das Parlament, einen Beschluss gefasst hat, ein Gesetz erlassen hat, das in den nächsten 25 Jahren, also bis 2017, das wäre der Stichtag gewesen, bis 2017 müssen sämtliche Akten und Dokumente im Zusammenhang mit John F. Kennedy, die im Behördenbesitz sind, sei es Krankenakten, sei es Geheimdienst, Militär oder sonstige Dokumente, die müssen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Und im Oktober 2017 wäre dieser Stichtag gewesen und sowohl Präsident Obama als auch Präsident Trump als auch Präsident Biden haben jetzt schon seit sechs Jahren diesen Stichtag verstreichen lassen. Mit der Begründung, ja, deshalb sind immer noch mehr als 4000 Dokumente geheim, top secret, keiner darf sie lesen oder zur Kenntnis nehmen. Warum ist das so? Keine der Personen, die damals aktiv in irgendeiner Weise, an irgendeiner Stelle in der Politik oder im Militär oder im Geheimdienst beteiligt waren, ist heutzutage noch am Leben. Könnte man sagen, oh ja, aus Personenschutzgründen können wir nicht sagen, dass Roberto so und so damals den und den Befehl gegeben hat, ja, beim Militär, der lebt ja noch, ja. Also diese Gründe existieren nicht mehr, nein, es ist National Security, es darf nicht veröffentlicht werden. Und da können wir gleich nochmal drauf kommen. Wir reden ja davon, dass dieser Fall noch nicht geklärt ist. Stimmt ja eigentlich nicht ganz, denn relativ schnell formierte sich ja die Warren-Kommission. Das war, glaube ich, schon eine Woche nach dem Anschlag. Und die kam ja zum Resultat. Es war ein Einzeltäter, er war verwirrt, er war Kommunist. Er fiel auch schon ein bisschen auf vorher als Kommunist. Man könnte sagen, es gab keinen Hintergrund, weswegen er das tate, sondern das war seine kommunistische Einstellung, die ihn dazu trieb, den Präsident eines kapitalistischen Landes zu erschießen. Das war, stand sozusagen, zwei Tage nach der Tat wird dieses, heute nennt man es Narrativ, lanciert in den Medien. Ja, der Edgar Hoover, damals Chef des FBI, die Geheimdienste, die Regierung sprechen sich ab. Es ist wichtig, dass wir jetzt zur Vermeidung außenpolitischer Probleme, wir wollen jetzt nicht sagen, die Russen waren es, ja, das könnte dann zum Krieg mit Russen und so weiter, zur Vermeidung außenpolitischer, so wird da intern kommen, verrückte Einzeltäter. Es gab auch einen Wahlkampf, der ja im Raum stand. Kennedy war auf Wahlkampftour. Kennedy hätte mit einem Erdrutschsieg eine zweite Amtszeit gewonnen. Und Kennedy hat gesagt, noch wenige Tage, wenige Wochen, bevor er ermordet wurde, zu einem seiner engen Mitarbeiter, so, und wenn ich wiedergewählt bin, dann fahre ich nach Moskau und mache einen Friedensvertrag. Also Kennedy wollte raus aus dem Wettrüsten des Kalten Kriegs. Er ist als kalter Krieger ins Amt gekommen, muss man klar sagen, ja, auch gegen Nixon, der damals gegen ihn kandidiert hat. Und Kennedy hat auch dünn gewonnen am Ende. Auch die Schweinebucht war durchaus noch kalter Krieg? Das war hardcore kalter Krieg. Die hatte er zwar nicht geplant und hat dann eben auch die Luftwaffenunterstützung, die die CIA gerne gewollt hat, verweigert und hat gesagt, nein, und hat stattdessen, und das wird auch in meinem Buch nochmal dokumentiert, und als jetzt wieder der sozusagen kalte Krieg heiß wurde in der Ukraine, habe ich auch auf meinem Blog nochmal darauf hingewiesen, dass damals, als eben auch der kalte Krieg in eine wirkliche Eskalation der Atommächte zu eskalieren drohte, dass damals Kennedy und Khrushchev, der Chef der Sowjetunion, über einen privaten Draht, geheimen privaten Draht, den weder ihre jeweiligen Geheimdienste noch ihre Militärs, wussten, dass die beiden Präsidenten direkt in Briefaustausch getreten sind und sich dann sozusagen geeinigt haben, dass es fatal wäre. Und ich habe geschrieben, ja, so ein Draht können wir langsam auch mal wieder gebrauchen, dass vernünftige Menschen an den Regierungsspritzspitzen... Sie meinen jetzt in der tagespolitischen Debatte? Sozusagen, ja. Das hat Kennedy damals mit dem Khrushchev in der Kubakrise geleistet, kann man sagen, ja, über einen Draht, den ihn sein Bruder, der war ja Justizminister, über einen russisch-amerikanischen Journalisten und so weiter, direkte Connection zwischen den beiden Präsidenten. Und JFK hat damals geschrieben, ja, Herr Khrushchev, also hier in meinen Sitzungen mit dem Joint Chief of Staffs und meinen Generälen, die rasseln mit den Säbeln, wenn sie da in Kuba Raketen stationieren und so weiter und so weiter. Und Khrushchev schrieb zurück, ja, hier bei meinen Generälen sieht es genauso aus, die rasseln auch. So haben die sozusagen jenseits der Politik ihrer jeweiligen Dienste und ihrer Militärs untereinander einen Friedensdeal gemacht, sozusagen Waffenstillstand. Und sehr viel später kam raus, dass die Russen zu der Zeit schon atomare Sprengköpfe auf Kuba sogar hatten. Kuba-Krise? Ja. Kommen wir nochmal zu dem Warren Report zurück. Der wurde ja relativ schnell dann verabschiedet. Man hat das vorlegen können. Man sieht das bei JFK in dem Film tatsächlich relativ gut. Es war ja eine hanebüchende Begründung. Also alleine die Einschusslöcher im Leichnam des Präsidenten. Die Kugel hätte quasi zickzack fliegen müssen bei einem alleinigen Schiff. Wir sind bei der magischen Kugel. Ja, richtig. Der Zerbruder-Film hat, soviel ich mich erinnere, durchaus nochmal Rauchwolken an einer Hecke, wenn ich mich nicht täusche, gefilmt. Also das heißt, da könnte geschossen worden sein nochmal aus der Hecke. Glaubt denn heute im Warren Report überhaupt noch jemand in Amerika? Also selbst die offiziellen Behörden können doch sich nicht stuhlstellen und sagen, wir haben hier die Erklärung. Der Warren Report war ja von Anfang an umstritten sozusagen, wurde mit Macht und auch mit Medienmacht durchgesetzt. Daher stammt ja im Übrigen über die Kritik an dieser im Vorfeld schon feststehenden Ergebnisse dieses, was weiß ich, zwölfbändigen Warren Reports, wo schon vorher klar war, Oswald war es und das müssen wir jetzt nachweisen, ja, mit den haarsträubendsten Geschichten. Und Oswald war Alleintäter, ja. Das, deshalb ist unter anderem, wir waren eben bei den gesperrten Dokumenten kurz, Oswalds, ja, wie würde man sagen, Lohnsteuerkarte bis heute. Ja, aber warum können wir nicht einsehen, von wem Lee Harvey Oswald in den Jahren von 59, als er zurückkam, ja, bis, von wem der finanziert wurde. Ja, der hat da und da und da gearbeitet. Ja, ja, okay, dann ist ja in Ordnung, er steht auf der Lohnkarte so und so, Kaffeefabrik oder so, der hat so verschiedenen Sachen gearbeitet. Aber könnte es vielleicht sein, dass er auch ein inoffizieller Mitarbeiter von FBI, CIA oder einem anderen Dienst gewesen ist während der ganzen Zeit und den Kommunisten oder den Freiheit für Kuba-Komitee, das einzige Mitglied in New Orleans und der Vorsitzende, also einer Fake-Pro-Fidel-Castro-Vereinigung, die unterwandert war von FBI-Leuten, da ist er das einzige Mitglied und der Vorsitzende und teilt Flugblätter aus, pro Fidel-Castro und pro Kuba, also spielt den Kommunisten da in New Orleans, ne, ja, da würde man doch gern mal gucken, wurde der dafür bezahlt, lass doch mal, was ist so, was ist nationale Sicherheit an der Lohnsteuerkarte von Lee Harvey Oswald von 1960 oder eigentlich? Da gehen Sie ja der Frage nach, wer dahinter steckt, also, wer war es denn? Also, was spekulieren Sie? Denn die Kennedys hatten ja schon eine große Nähe zur Mafia, ihren Wahlkampf haben Sie auch mit der Mafia organisiert. Ja, die Schützen, also, wer hat jetzt geschossen, ja, das war mit Sicherheit nicht Lee Harvey Oswald mit seinem 19 Dollar Schießprügel aus dem Warenhaus. Sie glauben, er war es gar nicht oder er war einer der Täter? Nein, nein, er war überhaupt nicht da oben an diesem Fenster und so weiter, das ist, Oswald hat nicht auf Kennedy geschossen, ja. Ja, die Schüsse kamen vom Grassy Noll, von diesem Hügel, ja, und man sieht ja auf dem Zerbruder-Film, dass Kennedy von vorne, schräg von vorne getroffen wird und hinten Blut rausspritzt. Also, wie kann das denn sein, wenn ich hier einen Kopfschuss kriege, ja, dann spritzt das Blut ja wohl vorne raus und nicht hinten. Und das sieht man und deshalb versteht man dann auch im Nachhinein der Warenkommission, also diesen unter der Leitung von Alan Dulles, den Kennedy kurz vorher als CIA-Chef gefeuert hatte, weil Alan Dulles verantwortlich war für die ganze Schweinebucht-CIA-Nummer in Kuba, den zum Vorsitzenden der Warenkommission zu machen, heißt so gut wie den Bock zum Gärtner, weil die Dienste waren bis über den Hals verstrickt eben in diese Tat und jetzt macht man den Ex-Geheimdienstchef da zum Vorsitzenden der Kommission, ja, also ein Witz für sich eigentlich. Sie gehen in dem Buch ja auf verschiedene Ebenen heran. Erstmal erläutern Sie die historische Dimension, also die Vorgeschichte, wenn man so möchte. Sie bringen auch mögliche potenzielle Interessensgruppen in Stellung, die das initiiert haben, angeschoben haben. Jack Ruby war übrigens Mafia-Mitglied, der dann später Oswalder schoss, also da ist natürlich näher noch mal zur Mafia. Genau. Am interessantesten daran ist ja die Connection, die sozusagen Mafia, schon der alte, Joseph Kennedy, der Vater, ja, im Zuge der Prohibition von Alkohol in den Zwanzigern in den USA, hatte eher eine Lizenz zum Import und so weiter und so weiter von Scotch-Whisky und mit der Mafia eng zusammengearbeitet. Das sind alles Fakten, ja. Und die, es ist aber so ein, ja, vermutlich von der CIA lancierten in den Medien auch verbreiteten Narrativ. Ja, Kennedy hat ja mit der Mafia kooperiert und dann hat hinterher sein Bruder als Justizminister die Mafiosis verfolgt und die haben sich an ihm gerecht. Ja, diese, diese Story, ja, die auch kurz darauf schon lanciert worden ist, ja, die ist so eine klare sozusagen Desinformationskampagne, ja, die dann losläuft. Die Mafia war es, ja, das wird so ein Narrativ, da fragt man sich im Nachhinein, irgendwo habe ich auch gesagt, ja, okay, wenn es denn die Mafia war und nur die Mafia, wieso habt ihr das denn eigentlich nicht aufgeklärt? Und was ist denn, also, dass das eine Verbrecherorganisation aus dem und dem Grund den Präsidenten umlegt, kann ja sein, streiten wir ja erstmal gar nicht ab, dass das möglich sein könnte, aber wieso habt ihr denn das nicht weiter ermittelt? Oder kann die Mafia dafür sorgen, dass bis heute Dokumente über den Fall, über den Sündenbock Lee Harvey Oswald, den man lanciert hat sozusagen in die Rolle und der es auch selber sagt, hey Leute, ich bin hier der Sündenbock, als er verhaftet wird, ja. Deswegen glauben Sie auch, dass es ein Regime-Change war? Im Grunde das, was die Amerikaner sonst gerne im Ausland machen, das gab es wohl auch mal im Inland. Ja, klar. Und dass vielleicht die Schützen, die da geschossen haben, irgendwelche Mafia-Schützen waren, ja, das kann gut sein. Es gibt ja etliche, die behaupten, sie haben geschossen und so weiter und etliche Bücher, die das nachweisen. Ich habe mich in meinem Buch weniger auf diese Spekulationen gestürzt, die auch erwähnt sind und so weiter, aber jetzt nicht, bin da nicht weiter in die Tiefe gegangen, sondern ich habe mir genauer angeschaut, wieso, weshalb, warum ist denn auf einmal dieser Kennedy, der doch eigentlich aus einer, ja, reichen Familie kommt, schon Senator, anerkannt war, wieso ist der auf einmal, wird der auf einmal zu einer Gefahr? Was hat sich denn an seiner Politik so geändert, dass man ihn nur noch mit Gewalt und gar nicht mehr mit dem Wahlkampf oder mit anderen Methoden, mit Geld irgendwie, er ließ sich auch nicht so leicht korrumpieren, weil dann kommt er eh aus einer steinreichen Familie. Selbe Ding ist so ein bisschen mit Trump auch, den kann man auch nicht korrumpieren, weil er reichlich Kohle hat. So, und warum müssen sie den wegschießen? Hat sich denn das gelohnt für die konservativen, reaktionären Kreise? Ich meine, mit Lyndon B. Johnson, der war jetzt als Präsident auch nicht unbedingt als kalter Krieger bekannt. Na ja, aber es hat sich natürlich gelohnt, wenn man die große, sozusagen weltpolitische Situation anschaut, an der Kennedy in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit was ändern wollte. Ja, und ich habe ja eben auch versucht zu erklären, wie ist denn das gekommen, das hat mit der Mary Pinchot Meyer mit seiner Geliebten und so weiter zu tun, dass er wirklich so vom Hardcore kalten Krieger nach zwei Jahren Präsidentschaft auf einmal eine Rede hält. Die hatte auch gerade im Sommer jetzt wieder Jubiläum und viele Leute, man kann die sich auf YouTube anschauen, University of Washington, die, ja, Abschlussrede da der Studenten und so hält Kennedy eine Rede und ich habe daraus im Buch auch ausführlich zitiert oder die entscheidenden Zitate und geschrieben, ja, das war so ein bisschen der Sargnagel, ja, für ihn, weil er... Warum glauben Sie, kam das so? Weil er sagt, er will sein, er will den Kalten Krieg beenden. Ja, aber warum glauben Sie, dass er so soft wurde? Warum wurde er so soft? Gibt es da für Sie eine, eine Erklärung? Dass der, dass der militärisch-industrielle Komplett... Man muss sich doch gucken, was passiert danach. Kaum ist Johnson im Amt, eskaliert der Vietnam-Konflikt. Kennedy hatte begonnen, die Leute aus Vietnam schon abzuziehen. Er war auch, als er einstieg, ein Vertreter und Jahrsager zum Vietnamkrieg. Aber nach zwei Jahren hat er dort auch, hat ein Umdenkungsprozess stattgefunden bei ihm und er fing an, die Truppen aus Vietnam rauszuholen. Und Johnson dann mit Kissinger hat dann Massenbombardements da unten veranstaltet und so weiter und so weiter. Also die Militärmaschine war der klare Gewinner dieser, also das Militär und die entsprechende Industrie waren der klare Gewinner dieses Regime-Changes und sie stecken mit den Geheimdiensten letztendlich dahinter. Und wenn man sich anschaut, was die beiden Vorgänger von JFK, nämlich Truman und Eisenhower, jeweils in ihren Farewell ansprachen, ihren Abschlussreden sagen. Truman hat die CIA ja so installiert und auch gegründet letztlich und hat dann am Ende seiner Amtszeit eingesehen, dass das vielleicht doch nicht so eine gute Idee war und schreibt, ja, der militärisch-industrielle Komplex und die Geheimdienste, die arbeiten zusammen und pfuschen der Regierung, die ja den Volkswillen umsetzen soll, übel ins Handwerk, ja. Und da war Kennedy jetzt zu einer Gefahr geworden, weil er sagt, ich will den Kalten Krieg beenden, ich will dieses Wettrüsten beenden, ich will auch in Vietnam nicht mehr Soldaten und so weiter verheizen, sondern ich will das auch beenden dort. Das wurde zur Gefahr. Und das ist eine Gefahr für jeden Präsidenten der USA, glaube ich, bis heute. Das keiner weiß. Dallas war ein sozusagen Wink mit dem Zaunpfahl. Hör zu, mein lieber, du kannst Präsident spielen und dies und das und das. Aber bei bestimmten Dingen, man hat das gesehen beim Trump, der auch große Töne gespuckt hat, wir brauchen über Trump nicht groß zu diskutieren. Aber als er dann einmal in Syrien, was weiß ich, zwölf oder sechzehn Cruise Missiles abgefeuert hat, da hat dann die New York Times geschrieben, also heute hat Trump wie ein Präsident agiert. Ja, das wird so, also dieser permanente Krieg, der eben, ja, der muss am Laufen gehalten werden. Und wer da aussteigen will, wie Kennedy, wer da lasch ist, wie Jimmy Carter, der muss weg. Und Kennedy hätte man nicht weggekriegt, weil er ein starker Präsident war. Beliebt bei der Bevölkerung. Und ein riesen Support bei den Menschen hatte. Und so hat man zu diesem Mittel gegriffen. Und ja, es waren drei Anschläge geplant. Das habe ich ja auch alles im Buch, dass das jetzt nicht irgendwie ein einsamer Irrer war, sondern dass man das gezielt geplant hatte. Und in den beiden anderen Städten, in Tampa und noch in einer Dritten, die habe ich gerade nicht im Kopf, auch schon entsprechende Sündenböcke präpariert, wo man sagen kann, hier, der war's. Und also, das war ein Staatsstreich. Das muss man sich klarmachen. Und aus genau aus dem Grund ist es uns bis heute verboten, in diese Akten reinzuschauen. Wenn man wirklich genau wissen will, wer hat denn in diesen Akten ist keine Smoking Gun? Da steht nirgendwo der Befehl von irgendeinem, hier morgen bitte auf Kennedy schießen. Das werden wir da nicht finden. Das ist völlig klar. Ja. Aber es ist doch, aus diesem Stadtstreich wurde doch, kann man doch wohl so sagen, eine Urverschwörungstheorie. Ja, vielleicht eine der ersten, die massenmedial aufgearbeitet wurde. Hat das aus Ihrer Sicht mit der Art und Weise der Aufklärung im Anführungszeichen zu tun? Na klar. Die Wornkommission, die wir eben schon kurz auf dem Tapet hatten, ja, die sozusagen im Vorhinein den Auftrag hat, ihr müsst jetzt mal, und zwar umfangreich, ja, mit Zeugenverhören noch und nöcher nachweisen, dass nur der Ostwald als Einzeltäter in Frage kommt und sonst niemand. Diese Wochenkommission wurde von Anfang an von, äh, auch von Journalisten, es gab ja auch noch unabhängige Zeitungen und so weiter, da sind einige, äh, Kollegen von damals, die gesagt haben, ne, hier stimmt's doch hinten und vorne nicht, äh, Leute, dies, das und jenes und mit dem Finger auf, äh, äh, die ungeklärten Fragen und wer hat denn dies und das und das veranlasst und und so weiter, ähm, das, ähm, das, ähm, vom, vom Tag eins an Kritik da war, ja, an, 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 an dem Narrativ, was aufgebaut wurde sofort in den Medien, ja, aus Kuba und, äh, von der Sowjetunion gesteuerter Kommunist, er schießt unseren Präsidenten, aber er war verrückt und das hat, ne, wir wollen keinen Krieg mit Russland, so, äh, 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 und die, äh, die Menschen, die damals drauf gezeigt haben, gesagt haben, hier, Leute, aber hier, was ist denn damit, 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 waren ja schon viele Ungereimtheiten vom ersten Tag an, äh, und dann auch Jack Ruby, ja, wie kommt denn der überhaupt ins Haus, wie weiß denn der genau, wann der Oswald da in die Tiefgarage geführt wird und kann dann auch noch bumm bumm machen, äh, live im Fernsehen, live im Fernsehen, ja, alles, äh, eine grandiose Inszenierung, äh, äh, und wer da kritische Fragen gestellt hat, daher, du sagst, Urverschwörungstheorie, es wird dann seitens, äh, äh, sozusagen der, äh, äh, der CIA und der, äh, des Staates, äh, die CIA macht ein Rundschreiben an alle ihre Büros und sagt, ja, äh, äh, in letzter Zeit sind einige Verschwörungstheorien aufgetaucht, die, äh, den Warren Report kritisiert haben, äh, äh, diese Verschwörungstheorien, äh, beruhen nicht auf den Tatsachen, die im Warren Report auf zigtausend Seiten ja alle dargelegt sind, sondern sind reine Geschäftemacherei oder, äh, äh, vom kommunistischen Erzfeind, äh, gesteuert. Wir empfehlen deshalb unserem Büros Kontakte zu den Medien aufzunehmen, zu befreundeten Medien aufzunehmen und, äh, richtigzustellen, dass es sich bei diesen Verschwörungstheorien, und so wird dieser Begriff, äh, erstmals sozusagen breit lanciert und deshalb ist auch, äh, äh, ja, die Erforschung des Kennedy-Mords, wenn man sich mit der beschäftigt, wie ich das lange Zeit gemacht hab, äh, äh, das ist, dann ist man Verschwörungstheoretiker, wenn man dieses Märchen von Lee Harvey Oswald als dem lonesome Cowboy, der schießt, aus dem Schulbuchlager, äh, wenn man der misstraut. Zu guter Letzt, ganz kurz, haben Sie Hoffnung, dass da je Licht ins Dunkel kommt? Gut, der Joe Biden, äh, hat, äh, jetzt gerade im, vor zwei Monaten, glaube ich, ja, weil es gibt eine Stiftung in, äh, die Mary Farrell Stiftung, äh, die sich um die Freigabe dieser Akten bemüht und die auch seit Jahren schon immer Prozesse führt und klagt und sagt, eine private Stiftung? Eine private Stiftung, eine alte Dame, die ihr Geld sozusagen zur Verfügung gestellt hat, einer gemeinnützigen Stiftung, äh, die da, und die alle Dokumente öffentlich macht, man kann dort, äh, alles einsehen, ja, was veröffentlicht wird von Staatsseite, das sind ja eh, äh, öffentlich finanzierte, äh, äh, Dokumente, ja, und die hat auch sofort, jetzt schon seit Jahren schon mehrfach gegen diese Verzögerung seit 2017 der diversen Präsidenten immer wieder geklagt, immer dann auch scheibchenweise irgendwelche Sachen wieder rausgekriegt, also freigekriegt, ja, aber diese ominösen, äh, viereinhalb Tausend bleiben nach wie vor unterm Deckel und da hat jetzt Joe Biden ein, ach, es hat so einen langen Titel, ich erwähnte es im Vorwort, äh, ein Memorandum erlassen und damit quasi dieses Gesetz, äh, und damit auch den Volkswillen, der damals gesagt hat, wir wollen das alles sehen, verdammt nochmal, außer Kraft gesetzt, äh, weil er jetzt sagt, ja, und das, was jetzt noch, äh, äh, secret ist, das unterliegt in Zukunft dem Transparenzplan. Was ist denn der Transparenzplan? Wer hat denn den aufgestellt? Die Central Intelligence Agency hat einen Transparenzplan aufgestellt, nachdem jetzt, äh, Briefe, die Jackie Kennedy einen Tag nach dem Mord an, äh, äh, einen der Vertrauten von JFK schreibt. Was ist denn an dem Brief? Sorry, ja, ähm, warum ist der, wann wird die CIA, wann sieht der Transparenzplan vor, diesen Brief, nur ein Beispiel, ja, freizugeben? Also das obliegt jetzt, der, den Bock, den man zum Gärtner der Veröffentlichung der Kennedy-Akten gemacht hat. Ich sehe schon, Informationen werden wir also keine bekommen, so schnell wer es war, aber man kann sich Vorinformationen einholen, wenn man Matthias Bröckers Buch liest. Matthias Bröckers, vielen Dank, vielen Dank, dass Sie da waren. Okay, danke dir.